Corneloo Pro 500M Die Corneloo Pro 500 spielt in der gehobenen Preisklasse mit. Sie eignet sich gerade für ambitionierte Anfänger und Profis. Gut gelöst haben die Hersteller hier vor allem das Problem der reflektierenden Sonne. Es wurde nämlich eine sogenannte Mat-Top-Beschichtung aufgetragen, die verhindert, dass die Platte die Strahlen zurückwirft. Dadurch kann man selbst im Sommer problemlos auf ihr spielen. Dieses Modell hat sehr stabile und leichtgängig rollende Räder, die sogar auf Kies und anderen unebenen Untergrund fahren können. Für die Montage braucht man nur knapp eine Stunde. Personen mit weniger Erfahrung brauchen maximal zwei Stunden. Sie werden vom Aufbau definitiv nicht überfordert sein, weil er anschaulich in der Anleitung beschrieben wird. Ausgeklappt steht die Corneloo besonders stabil und gleicht auch kleinere Unebenheiten aus. Sie kann in ein paar einfachen Handgriffen zusammengeklappt werden und so einfach verschoben bzw. verstaut.